Lineal. Lineal ist eine schmale Leiste zum Ziehen von Linien. Ein Lineal ist auch ein Mittel, um die Länge von etwas zu messen. Gerade wenn etwas maximal 30 cm groß ist, dann kann man mit einem Lineal messen, wie groß etwas ist. Und wenn man gerade Striche ziehen will, dann nimmt man dafür typischerweise ein Lineal.